Großes Interesse in der Bundespressekonferenz trotz Weihnachtsferien für Regierung und Bundestag. Die Nachricht von einem groß angelegten Datendiebstahl aber rüttelt Politik und Medien auf. Die Bundesregierung nimmt diesen Vorfall sehr ernst. Das Cyberabfeldzentrum hat sich heute bereits mit diesem Vorgang befasst. Mit Hochdruck ermitteln Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Noch bleibt unklar, wer dahinter stecken könnte. Doch immerhin ... Mit Blick auf das Bundeskanzleramt sieht es nach 1. Sichtung so aus, dass keine sensiblen Informationen und Daten in den Veröffentlichungen enthalten sind, auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin. Für andere Politiker gilt das jedoch nicht so eindeutig. Neben persönlichen Daten sind wohl auch private Mitteilungen veröffentlicht worden, Nummern von Handys und Kreditkarten, Kopien von Ausweispapieren. Im bayerischen Seon plädiert CSU-Landesgruppenchef Dobrindt deshalb heute für bessere Sicherungssysteme. Alles das, was natürlich datengetrieben an Technologien auch in den nächsten Jahren entsteht, muss einhergehen mit einer mindestens genauso hohen Geschwindigkeit an Entwicklung von Datensicherheitstechnologien. Die Opposition reagiert entsetzt. Es soll offensichtlich ein Klima der Angst, ein Klima der Unsicherheit in unserem Land geschaffen werden. Ich finde, dass hier in aller Konsequenz von den zuständigen Behörden agiert werden muss. Die FDP prüft juristische Schritte und die Grünen wollen sich nicht einschüchtern lassen. Dieses Land, diese Gesellschaft basiert auf freier Meinungsäußerung, Schutz von Daten und Grundrechten, Privatsphäre. Und das ist der Maßstab für unser Handeln. Und das werden wir auch weiter intensiv verteidigen. Gut drei Jahre erst zählt das neue Jahr und Berlin hat bereits den ersten dicken Datenskandal. . S 커� index S ENTERTITELWELL